Den zweiten Satz, den habe ich sehr gerne gespielt, weil ich sagen kann, da hat Beethoven eigentlich Popmusik geschrieben. Ohne dass er es damals gewusst hat, Popmusik hat der Kerl geschrieben mit diesen Melodien. Das würde heute im Radio locker als Popmusik durchgehen. Und ich habe nur wenige Töne geändert und will aus dem zweiten Satz. Und keine Angst, ich spiele heute die Musik und die Sets alle nur so lange, wie sie es kennen. Und insofern, zweiter Satz, Pathetik. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.